Ich heiße Eric, ich bin 21 Jahre alt, ja. Ich bin Kelly, ich bin 18 Jahre alt. Jetzt sind wir wieder bei Showcase dabei und letztes Jahr wissen wir, wie das so abgelaufen ist und dieses Jahr können wir uns ein bisschen vorbereiten und Henry hat uns direkt so zugeballert, ja ihr macht Kurio, du machst das, du das, du das, ich so, Henry, okay, machen wir. Henry will immer, dass ich so unterdrückt bin und wenn ich unterdrückt bin, arbeite ich auch so richtig gut und ich freue mich auf Showcase. Jo, ihr seid alle herzlich eingeladen, kommt vorbei, schaut einmal hier, nächstes Jahr Februar, Showcase, Autovella, wir sehen uns da und ihr seid dabei. Samstag, Afterparty, Easter, ich vergesse, dass es da ist.